Servus liebe Freunde der gepflegten Mothand-Unterhaltung, ich bin Raiboon, da habe ich jetzt eben gerade ein Video aufgezeichnet für morgen und dann lese ich das hier, dass wir einen neuen Panzer auch in Update 1.89 bekommen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, zumindest erstmal, dass das große Ding die japanische Marine wird und auch bleibt, aber es hätte mich auch gewundert, wenn Gaijin tatsächlich dieses Mal keine Panzer reingebracht hätte. Was haben wir hier? Wir haben den ADATS Bradley, nichts anderes als ja, einen Flugabwehr und auch einen Panzerabwehr-Bradley, denn das Ding hat, ja, Multifunktionsraketen nenne ich es jetzt einfach mal, Multifunktionslenkraketen, damit könnt ihr sowohl Boden als auch Luftziele bekämpfen und ihr kriegt auch noch eine 25mm Kanone mit dazu. Das Ding sieht ein bisschen spacig aus, vor allen Dingen, weil der ganze Turm mit der ganzen Elektronik und dem Radar, äh, plus die acht Raketen, die das Teil hat, äh, wirklich schon, ja, ein bisschen, bisschen wirklich abgespaced ausschaut. Ähm, das Profil von dem Ding relativ hoch, ähm, wird auch keine Panzerung kriegen, das heißt also, sobald ihr beschossen werdet, äh, ja, seid ihr dann auch weg vom Fenster. Allerdings, dadurch, dass das Ding kaum Panzerung hat, wird es wahrscheinlich auch viel Overpen geben, hoffe ich mal. Ähm, auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass Gaijin hier an der Stelle dann auch wieder einen Hallbreak einbaut. Aber, wir haben jetzt zumindest im amerikanischen Baum ein Gegenstück zur Tunguska. Es hatten sich ja schon im Update 187 viele, viele gewünscht, als die Tunguska angekündigt wurde, ähm, und sich auch viele beschwert, dass es kein Gegenstück gibt. Und da kam dann halt auch schon, ähm, ja, der ADATS Bradley, ähm, ja, auf den Plan. Viele hatten da diesen Vorschlag schon gemacht, ähm, mit Sicherheit hatte Gaijin den Plan auch schon vorher, bevor der Vorschlag kam. Es ist ja auch immer so, ne, wenn ein bestimmtes Fahrzeug kommt, dann ist es auch immer nur noch eine Frage der Zeit, bis dann das entsprechende Gegenstück dazu kommt. Also, wenn wir jetzt bei der Tunguska bleiben, war es tatsächlich jetzt wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Ich nehme auch mal an, ähm, sofern der ADATS Bradley, ähm, bei den Alliierten momentan noch der einzige, ähm, Multifunktionsflugabwehr und Bodenabwehr, äh, Bodenfahrzeugabwehrraketengedönspanzer, Schützenpanzerflag bleibt, ähm, wird es auch nicht mehr lange dauern, bis wir bei den Deutschen vielleicht einen entsprechenden Roland mit Flugabwehrraketen kriegen. Ähm, müssen wir einfach mal abwarten. Auf jeden Fall hier der ADATS Bradley auf jeden Fall in Update 1.89. Ich bin sehr gespannt. Er wird auf Rang 6 kommen, ähm, und damit, ja, die übelsten Heightierpanzer dann entsprechend verstärken. Und ich weiß auch jetzt schon, dass, äh, den auch wieder viele spielen werden. Viele werden ihn gleich als erstes grinden. Und damit wird das Ganze auch tatsächlich, ähm, ja, ein Gegenstück zur Tunguska werden. Und damit wird man sich dann auch gegen die russischen Hubschrauber durchsetzen können. Endlich! Dann macht vielleicht der Heightier wieder ein bisschen mehr Spaß. Das auf jeden Fall jetzt erstmal so als News. Ähm, gerne eure Gedanken dazu unten in die Kommentare. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt. Und, ähm, ja, ich bin gespannt, wie das Ding wird. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr in Sachen War Thunder auch von einem Kanal nichts mehr verpassen wollt, dann einfach auch gerne ein Abo dalassen. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg findet zu meinem Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Euer Raibun.